Oh Gott, verrückte Kinder, verrückt brennende Penner Big Wallen darf euch recht herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge Black Ops 1 Zombie-Modus Monsieur, Killer, hello, hallo, liebe Zuschauer, Mensch Das ist lauter, das ist schon mal der erste Schnitt hier, das dauert ganz schön lang Wir haben uns zur Gewohnheit gemacht mit einem Fahrstuhl die ganze Zeit hoch und runter zu fahren, das ist geil, oder? Das ist richtig geil, wir sind Fahrstuhlkönige, kann man wirklich so sagen, weil wir das Fahrstuhlfahren gemeistert haben Gar nicht so schwer auf den Knopf zu drücken, ey, ey Focker flockig, also manchmal steht man aufs Versehen bei Welle 3, aber das hört man natürlich nicht Weil oft macht man hier an den Barrikaden rum, da wird man von hinten schön gefickt von einem Zombie Dann hat man natürlich die Arschkarte Und man sieht, haben wir hier beide die 100er Präze hier ordentlich drin Aber hallo, Atombombe-Sport Oh, nice Ach ja, die Herren Die Herren der Schöpfung machen da wieder her Immer diese geilen Sprüche von erwachsenen Menschen, das hört sich so komisch an, als ob die Kinder wären Von den Menschen, die viel länger wach bleiben dürfen als wir, wir müssen nämlich nach der Sesamstraße ins Bett, wöch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Okay, Bro, was hab ich mir getan? Ich sollte hier die Barrikade zumachen, dann renne ich hier Ja, also das wollen wir jetzt nicht, nachdem die Runde jetzt endlich hier zum Laufen kommt Ein dummen Todsterben Das wollen wir nicht Auf damit Oh, wie das immer so geil aussieht Hier ist cool, hier ist cool Alter, nein, wie jetzt lieg ich scheiße, ist doch nicht cool Keine Muni, ich kann nichts machen Okay, gar keine Muni Nee, Püste leer, MP leer Okay, wir rennen beide nach rechts, wir rennen beide nach rechts und holen dir die MP und mir auch Go Ich muss nur sagen, FPS-technisch läuft es echt richtig gut Ach, sogar 60 FPS Ich hatte eben sogar einen Dropdown, als ich das erwähnt habe Ich dödel Aber ja, aber ja Oh, ein Fahrschuh Soll ich, also ich hab noch einen Dritt Hier aber links Wow, fahren wir mal ne Runde Alter, die wollten rein, die Schweine Habt die Haare in der Hand, Achtung, drei Oh Gott, ich musste loswerfen Oh Gott, ich muss los Insta-kerl Insta-kerl Ich bin ein Insta-kerl Sollen wir, sollen wir runtergehen und, ähm Wer, wer lebt nur alle? Sollen wir runter in den großen Fahrstuhl gehen? Ja, komm, machen wir nur was raus Von hinten kommen ein paar Oh Gott, wo ist der Schalter, wo ist der Schalter? Alter, hier, 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 ich hab gedrückt Hahaha Wo ist der verfickte Schalter, da ist ja woanders, da ist ja woanders Er ist hier in der Mitte, okay Oh mein Gott Krabbel, krabbelnde Arschviecher Oh nein, Arschviecher Oh Also, die Arschviecher sind eklig Vor allem, die haben so irgendwie so Blähungen in den Gebärben, ne? Sondern, die heißt total Dann ist die Rauchwolke da noch, die macht's doch ordentlich, kein Mensch Bei so'n Horror-Kram finde ich ja Babys eh so, wie da Licht irgendwie schnell krabbeln können oder sowas Ja, genau Können vielleicht sterben Wir könnten sterben, wenn wir Glück haben Ey, lass mal Richtung Fahrstuhl, ich hab irgendwie ein schlechtes Gefühl Ja, ich auch Ich guck hinten, guckst du vorne? Oh, nein, nein, nein Weiß mal eine HE Oh, scheiß, das war unnötig Schmeiß, schmeiß, schmeiß Oh, oh Oh Gott, oh Gott, oh Gott Forscher, verrückte Forscher Verrückter Forscher Hahaha Vorsicht von hinten Oh, die Mission, Fahr Oh Gott, ich muss fahren Achtung, Achtung, Forscher, Forscher Alter, wie ich gerammelt hab Warte Oh mein Gott Warte, warte, ich fahr noch einmal Alter, verrückter Forscher I'm just resting my eyes, ja klar Aufzug blockiert, warum? Aufzug blockiert, was blockiert denn Aufzug? Oh, ah, hier Oh fuck, das Level ist anders Oh Gott, verrückte Kinder Verrückt brennende Penner Okay Weißt du, gehst in den Kindergarten, verrückte Kinder Die rumkrabbeln und Sift Oh fuck, geht uns Guck nach Guck nach Guck nach Oh Gott Alter, wir sind immer so Wir sind immer so angewidert von denen Oh, schnell bin ich gelegt Da ist eine M4 Oh Gott, darauf hab ich gewartet Wie geil Was haben die Vorsicht Wie geil, Vorsicht, Stink, Peter Hahaha Aua Geil, 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 geil M4 Hallo, Stinker Oh fuck, die Welle fängt neu an Schnell, schnell, schnell zum Fahrstück Schnell, schnell, schnell Oh Gott, oh Gott, oh Gott Okay, okay, wir schaffen's, wir schaffen's Cool, cool Ich guck ein bisschen hier bei der Barrikade Warum fährt das Ding denn? Haha, warum fährt das Ding denn? Das war jetzt nicht unbedingt Wittermode bin ich gewesen, aber ich bin irgendwie grad Paniker Aber ich hab nen Anfall gehabt Ich hab kurz nen Nervenzusammenbruch gehabt und deswegen Oh fuck, brennt die Penner Scheiße, mein Nate ist gegen dich geflogen Achtung, die Kinder Vorsicht, hinter uns ist offen Komm, fahr, komm rein, komm Komm rein, komm rein, komm rein, du musst dich umdrehen Versuch zu fahren, versuch zu fahren Alter, die macht ja Oh, oh Oh mein Gott, was Fuck, Achtung, Kipp Alter, ich fahr, ich fahr, ich fahr Jetzt fahren wir schon Oh Gott, ich hab grad so viel Damage von seinen Blähungen bekommen Ich auch Alter Schwede Hier, warte, ich guck kurz raus Oh Gott Alter Unter Kontrolle, unter Kontrolle Hi, hi Ja, wir haben's, wir haben's, wir haben's unter Kontrolle Alter, da drin sind irgendwelche Schweine Warte, ich guck mich um, da, 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 ein Raum Guck mal, da nimmt ein Schwein, das stinkt, das hängt doch da Oh, ich hab's geschlachtet, oh shit Oh Gott, wir können's essen I think he's dead Ja, ich hab jetzt, okay, komm, dann fahren wir, dann killen wir ihn, oder? Wo ist er? Oh, scheiße Fünf Ich wusste nicht, wo er ist, auf einmal steht er vor mir Alter, wir sind voll gut und so auf einmal Irgendwie Mach nur die Scheiß, Kinder, ich guck hinten Oh Gott, wir fressen voll viel Damage Oh Gott, die Blähung Okay, 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 okay Vorsicht, da ist Block Da ist Block Ah Okay Oh Gott, also die Pumpka macht überhaupt kein Damage mehr Ich muss jetzt auf M16 wechseln Achtung, ich hab den Nate gezückt Und ich hab's gegen dich geschmissen Oh Gott, oh Gott Falsche Fahrstuhl Oh Gott, oh Gott Nein, die halten mich fest, die sind so viele Kinder Scheiße, wie haben die dich, äh, haben die dich am Fahrstuhl gebumst, oder wie? Ich bin grad aus dem Fahrstuhl rausgelaufen, da sind zwei von der Seite grad rausgesprungen und so Ahhhh Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Wir machen's weh Bye Christian Kaffee bar club fans 実